Entschlussfreudig in den Frühling. Hier gelingt eine souveräne Kurskorrektur. Der März ist gerade prädestiniert dafür, um Altes hinter sich zu lassen und Türen und Fenster für Neues zu öffnen. Wir Menschen sollten die Gunst der erwachenden Natur dazu nutzen, um frischen Wind hereinzulassen. Und sogar für gute Vorsätze ist es noch nicht zu spät. Jetzt ist die beste Zeit, um die Weichen für den Sommer zu stellen. Doch dafür müssen wir erst einmal wissen, wohin die Reise dieses Jahr für uns überhaupt gehen soll. Die Sterne helfen uns dabei, doch die nötigen Beschlüsse fassen, das müssen wir Menschen schon selbst. Heute schauen wir uns an, wer diesbezüglich im März die allerbesten Karten hat. Die folgenden drei Sternzeichen fällen sogar die beste Entscheidung ihres Lebens. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Eine wirklich gute Wahl treffen die Zwillinge im März. Sie sind ständig auf Achse und lieben es, jedem Tag etwas Neues und Unkonventionelles abzuringen. Was man diesem Sternzeichen allerdings kaum zutraut, ist seine Befangenheit, andere um Hilfe zu bitten. Die Zwillinge sind gern ihr eigenes Team am Start. Sie sind brillante Networker und Diplomaten. Aber um Hilfe bitten? Das geht gar nicht. Der März macht es jedoch erforderlich, dass die Zwillinge diesbezüglich über ihren Schatten springen. Es kostet sie vielleicht ein wenig Überwindung, aber es lohnt sich letztendlich für sie. Die Zwillinge erkennen, dass es für alles im Leben Profis und Experten gibt. Man muss sich nicht mühsam durch alle Probleme allein hindurchkämpfen, wenn man einige von ihnen auch in fähige Hände legen kann. Das Delegieren gefällt dem Zwilling. Schließlich ist das Auswerfen von Netzen und das Zusammenbringen von Menschen eine seiner leichtesten Übungen. Voller Erstaunen wird der Zwilling sich fragen, warum er nicht schon viel früher auf diese bahnbrechende Idee gekommen ist. Niemand muss alleine kämpfen. Niemand ist eine Insel. Dieser Quantensprung löst in weiterer Folge gleich eine ganze Reihe an verzwickten Problemen, die die Zwillinge garantiert länger beschäftigt hätten. Rückblickend wird er sich zu seiner Entscheidung beglückwünschen, endlich Hilfe ins Boot geholt zu haben. Vermutlich war sie sogar die Beste seines bisherigen Lebens. Nummer 2 Skorpion Deinem Gefühl zu vertrauen ist der Beginn einer neuen Ära. Angeblich nur bedingt lernfähig ist der Skorpion. Er gilt als beratungsresistent und vertraut grundsätzlich niemandem außer sich selbst. Der März wird diesbezüglich augenöffnend für den Skorpion sein und das liegt nicht allein an den hellen Strahlen der Frühlingssonne. Die Skorpiongeborenen entdecken ihren Instinkt. Sie erkennen, wie vertrauenswürdig ihr Bauchgefühl und ihre innere Stimme ist. Was sie anfangs vielleicht noch als Zufallstreffer abtun, wird schon bald eine neue Lieblingsroutine der Skorpione. Es ist neu für sie, nicht ausschließlich auf ihren Verstand zu hören. So etwas wie Gefühle oder Intuition hat diese Sternzeichen bislang geflissentlich in den Bereich der Mythen und Sagen verbannt. Doch der März sorgt für einen interessanten Perspektivenwechsel. Je öfter der Skorpion seinem Gefühl vertraut, desto öfter wird er gute Entscheidungen treffen. Anfangs hält er diesen Zusammenhang für puren Zufall. Doch mit der Zeit erkennt er, dass er nur gewinnen kann, wenn er auf seine Intuition und seine innere Stimme hört. Da der Skorpion ein typisches Entweder-oder-Sternzeichen ist, beschließt er, dass das von nun an seine bevorzugte Strategie sein wird. Das Motto »Vertraue niemandem« wird abgeändert zu »Vertraue niemandem außer deinem Bauchgefühl«. Bald schon wird sich der Skorpion beglückwünschen zu so viel Pioniergeist und Wagemut. Er liebt es, alles unter Kontrolle zu haben. Allein schon aus diesem Grund kommt ihm dieses Upgrade in Sachen Selbsteinschätzung besonders gelegen. Der Skorpion wird sein neu entdecktes Talent jedenfalls lieben, so viel steht fest. Nr. 3 Fische – Persönliches nicht persönlich nehmen Eine wirklich gute Entscheidung treffen die Fische im März. Sie erkennen endlich, dass sie viel zu vieles auf die Goldwaage legen, was gar nicht gegen sie persönlich gerichtet ist. Die meisten Angriffe, denen sich die Fische ausgesetzt sehen, kommen aus dem Nirgendwo. Es könnte jede und jeden treffen, aber die Fische nehmen sich solche Querschläger prompt zu Herzen. Im März passiert nun einiges, was die Fronten für die Fische klärt. Sie erkennen, dass sie nicht automatisch im Zentrum einer Beleidigung stehen, wenn sie sich dementsprechend irritiert fühlen. Nichts von all dem, was uns betrifft, muss uns auch betroffen machen. Mag sein, dass dieser Lernprozess für die Fische ein langer und schwieriger war. Doch es lebt sich gleich viel leichter, wenn wir so manchen Affront einfach an uns abprallen lassen. Feingefühl und Sensibilität haben die Sterne nicht jedem in die Wiege gelegt. Dafür haben die Fische sie im Überfluss mitbekommen. Vieles nackt oft lange an ihnen, worüber andere Sternzeichen keine Sekunde nachdenken würden. Es ist tatsächlich eine ausnehmend gute Entscheidung, sich für gelegentlichen Durchzug zu entscheiden, wenn uns etwas Unschönes zu Ohren kommt. Auch das Hineininterpretieren und Spekulieren sollten die Fische einfach bleiben lassen. Diesen belastenden Gedankenexperimenten abzuschwören, ist ihre Art von Frühjahrskor. Sie entschlacken ihren Geist und ihre Gefühlswert gleich mit, indem sie sich vieles ab sofort nicht mehr so zu Herzen nehmen. Unser heutiges Fazit Es gibt keinen schlechten Zeitpunkt, um eine gute Entscheidung zu treffen. Falls Du mit Deinem Sternzeichen in diesem Ranking nicht vertreten bist, keine Sorge. Im Grunde ist jeder Zeitpunkt ein Günstiger, der Dich entschlussfreudig und aktiv werden lässt. Du hast es in der Hand, wie Dein Leben verlaufen soll. Alles, was Du dafür tun musst, ist, gute Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Die Zwillinge gehen im März mit gutem Beispiel voran. Sie bitten andere um Hilfe, wenn sie mit ihrer Weisheit im Doppelpack am Ende sind. Der Skorpion lernt, seinen Gefühlen zu vertrauen und beschreitet damit gänzlich neue Wege. Und die Fische erkennen, dass es sich nicht lohnt, Dinge persönlich zu nehmen, die es gar nicht sind. All das sind lobenswerte Fortschritte, die jede und jeder für sich jederzeit erzielen kann. Bleib offen für die Möglichkeit, dass die nächste signifikante Verbesserung Deines Lebens schon an der nächsten Ecke auf Dich wartet. Entscheide Dich für das Glück, damit entscheidest Du Dich jedes Mal aufs Neue für Dich und somit goldrichtig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!